herzlich willkommen zu einem neuen video von eichern coaching und einem der letzten videos haben wir einige minus trades vorgestellt ja einige kleine verlust trades gemacht die haben euch natürlich auch vorgestellt sind ja nicht immer nur gewinner jetzt lief es aber mal wieder besser und wir möchten euch drei gewinn trades ist eigentlich falsch auf jeden fall zwei gewinn trades und einen andienungs trade sozusagen vorstellen zwei cashs kaputt einer wurde angedient und dann noch so ein einkommens trade also wo es rein um die prämie ging erste trade stelle ich vor dass jetzt nämlich mal ein cash secured putt angedient wurden und das kommt relativ selten vor 2021 logisch allzeit hoch allzeit hoch allzeit hoch alle aktienkurse rennen mit nach oben zumindest die masse deswegen wird auch relativ selten ein cash secured putt angedient wobei mir auch relativ wenige geschrieben haben weil die aktienkurse so weit angestiegen sind das ist jetzt september oktober ein bisschen mehr geworden mit den puts warum weil ja doch die ein oder andere aktie gefallen ist und was haben wir gemacht hormelfoods hrl tbs kürzel oder aktienkürzel ist auch eine aktie von unserem musterdepot und darauf haben ein putt verkauft warum erstmal zu der trade idee ja hormelfoods ist eine aktie die korrigiert vielleicht in crash also wirklich vom allzeithoch bis zum tief also vom maximalen drawdown 20 25 prozent das ja gar nichts im vergleich zu anderen aktien die 80 90 prozent korrigieren und jetzt ist die aktie endlich mal von einem hoch um ja 15 17 prozent runtergekommen und dann möchte man so eine langeweile aktie ein nicht zyklisches konsumgüter unternehmen einfach auch mal wieder einsacken ist natürlich nicht die die große kursrakete aber fünf bis zehn prozent macht man locker noch langfristig ihre richtung zehn prozent vor allem wenn ich sehr halbwegs günstig erwerbe ja also erst mal drawdown war relativ hoch gesundes unternehmen ohne kaufempfehlung und dann haben wir gesagt okay verkaufen ein putt die aktie stand das ungefähr bei 45 sieht es auch hier im chart ich habe da schön den doppelt tief eingezeichnet was aber überhaupt nicht funktioniert hat passiert natürlich auch und habe sogar noch drunter geschrieben 38 dollar das nächste preisziel deshalb mal so nicht erreicht aber ja erstmal meine trade die hat nicht so gut funktioniert das muss man ganz klar sagen aber es war ein cash skirt putt 45er strike sind auch 4500 dollar auf eine langweilige aktie das kann man mit einem sechsstelligen konto ganz gut vertragen sonst hätte ich auch nicht den putt verkaufen dürfen das ist ja immer wie wir immer sagen auch den cash secured also mit geldbesicherter putt so was haben wir gemacht 45er strike add the money also gewählt warum add the money ja hormelfoods eine aktie die eine sehr niedrig implizite volatilität hat also nicht ivr sondern implizite volatilität ist niedrig klar hat sie auch mal eine ivr von 100 was immer die aktie die implizite volatilität selbst anschaut sie muss es logischerweise auch mal eine ivr von 100 haben aber absolut gesehen ist implizite volatilität einfach sehr niedrig der optionsmarkt gibt dafür kaum prämien her ja ist eigentlich ganz logisch die aktie fällt ja auch nie stark deswegen gibt es einfach auch wenig prämie weil das risiko nach unten einfach sehr gering ist deswegen haben wir add the money gewählt man kann auch noch so ein 30er delta wählen aber jetzt fünfer delta kriegt man überhaupt keine prämie mehr add the money gewählt 45er putt aktie stand irgendwo auch glaube ich klappt runter sogar also ganz ganz leicht im geld und man dafür 175 dollar bekommen ja und jetzt schauen wir mal an was passiert ist das war am 2. september und wie mal anschauen ist die aktie können wir anschauen genau unter 45 ganz klar gefallen haben sogar fast mal die 40 gesehen und es wurde vor zwei drei tagen auch die aktie angedient zu einem preis von 45 sagen wir mal die 200 dollar haben wir behalten also ist unser einstiegskurs 43 dollar jetzt wäre es eigentlich besser gewesen hätten am markt 100 stück gekauft für 40 da wären wir 300 dollar besser reingekommen wusste man natürlich als wir den trade aufgemacht haben nicht um wir werden jetzt die aktie auch behalten wir haben ja auch wirklich vor die wheel strategie zu fahren also dann covered calls drauf zu verkaufen das möchte ich aber auf so ein kursniveau nicht also ich sehe auch noch die coronatiefs gefühlt mäßig wird die aktie irgendwann mal wieder ansteigen wenn sie dann richtung allzeithoch 50 53 geht erst dann wird man eher die wheel strategie fahren weil wir möchten natürlich auch ein bisschen buchgewinnen der aktie mitnehmen und die wheel strategie muss ich ja nicht permanent machen wenn sie jetzt auch sofort machen würde ich wahrscheinlich auch wieder mit den calls 200 dollar einnehmen und dann plus minus null sogar rauskommen aber wir warten da noch ein bisschen und kassieren so lange dividende und kursgewinne und das risiko nach unten klar jede aktie kann morgen auf null fallen aber sehe ich persönlich nicht so stark also das war der erste trade den wir gemacht haben ein put der man angedient worden ist was sehr selten vorkam und max würde ich jetzt noch zwei weitere vorstellen genau ein weiterer trade wird auch ein cash secured put sein den stelle ich am ende vor und der andere ist ein ja relativ unspektakulärer gewinn trade den haben wir auch in einer gemeinsamen session damals aufgesetzt und zwar war das hier auf alphabet alphabet optionen also mit dem kürzel goog sind super schöne optionen weil im vergleich zu hormel die hormel aktie 45 dollar kurs wird alphabet hat 2700 dollar das heißt allein aufgrund des preises dieser aktie ist natürlich schon mal hier viel mehr im englischen wird man sagen juice in den optionen das heißt da ist viel mehr prämie enthalten jetzt mal sogar unabhängig vom thema implizite volatilität so es war dann hier ein bull put spread der 2660 auf 2650 und das heißt ja wenn wir abstand der strikes jetzt zehn punkte mal 100 aktien sind 1000 dollar worst case risiko wenn jetzt die aktie nach unten durchknallt aber wir haben natürlich auch eine prämie dafür bekommen und es waren in diesem fall knapp 200 dollar also genauer 185 dollar das heißt dieser maximale verlust reduziert sich dann auf 800 dollar die laufzeit war auch relativ kurz neun tage hier und ihr seht auch wir haben jetzt hier der preis war bei zwei also wer es genau guckt bei 277 23 und der put war genau hier unter den letzten tiefs bei 2660 hier gab es auch noch mal eine große reversal kerze ja und zu dem trade gab es gar nicht viel zu sagen denn am 6 oktober war man aufgesetzt am 14 oktober so haben wir hier auch erst einen tag später reingeschrieben wurde der dann im gewinn geschlossen wir haben ihn vorzeitig geschlossen wir möchten einfach aus diesen trades immer raus sein da kann man auch noch eine frage dazu in den kommentaren aus diesen ganzen aktienoptions trades die beenden wir immer vor verfall egal ob sie out of the money sind oder nicht wäre schon mal es gibt da ganz wenige aber es gibt diese horror beispiele wo dann doch noch nachbörslich die kurse irgendwie ins geld gelaufen sind vielleicht die short optionen angedient worden sind die long option sind verfallen das ist extrem selten und da muss schon wirklich alles blöde zusammenlaufen aber da haben wir einfach überhaupt keinen bock drauf deswegen diese verfalle von diesen aktienoptionen sind eigentlich immer freitags nur die spider option spx option haben auch mal verfallen montag oder mittwoch und weil das immer am freitag ist möchten wir am freitag da unser depot leer haben und wir möchten auch nicht zehn vor zehn noch irgendwelche optionen glatt stellen da wird die liquidität auch extrem schlecht deswegen legen wir einfach ein rückkauflimit rein dass man hier bei minus 0,15 gemacht und haben dann hier den profit verbuchen können deswegen ein entspannter trade ja in neun tagen sind auch fällen von diesen kurzlaufenden optionen so das war ein aktiverer trade den kann man auch nur in dem gmbh depot machen weil ihr könnt euch ja denken diese long put option die hat richtig debit gekostet natürlich mehr credit haben wir über die short option bekommen aber der debit ist ja steuerschädlich so was aber natürlich jeder machen kann ist eben der handel von cash secured puts und das war hier eine aktie die wir auch in unserem muster depot beziehungsweise auf jeden fall in unseren depots drin liegen haben ein schöner energieversorger und zwar ist das next terra energy wie immer natürlich auch wie es alex vorhin gesagt hat keine handelsempfehlung aber wir haben das auch mit unseren kollegen besprochen vorher dass wir glauben dass jetzt hier zumindest technisch erst mal widerstand erreicht ist und wenn man sich jetzt hier mal den aktien chart anguckt links ist ein wochen chart die aktie steht bei 78 dollar und wir haben uns dann für ein ziemlich konservativen strike entschieden und zwar den 70er den wir hier unter die letzten wochen tiefs also die sind ja aus dem märz gelegt haben alex hat ja auch vorher gesagt wir waren mit cash secured putz so über den sommer hinweg eher wenig unterwegs wo dann die volatilität auch war wieder auf 25 angestiegen ist waren wir jetzt wieder mit mehr unterwegs ich glaube im maximum hatten wir fünf bis sechs gleichzeitig im depot und jetzt werden die weil die vola wieder sinkt der aktienmarkt steigt werden die aktuell schritt für schritt im gewinnen geschlossen das ist aus unserer sicht auch grundsätzlich eine sinnvolle vorgehensweise gut sonst wird man es ja auch nicht machen aber wenn die vola niedrig ist da einfach vorsichtig sein wenn die vola hoch ist ein bisschen aggressiver vorgehen und auch nicht bei niedriger vola denken euch verpasst was man kann so viel handeln den ganzen tag also verpassen tut man der börse nichts so langer rede kurzer sinn wir haben jetzt hier den 70er put darunter gesetzt und haben uns dabei 0,95 hingestellt und das ist auch so ein cash ticket put der ist für uns eher so ein stück weit nice to have for one schon gut im depot positioniert wir sind dann auch nicht super gierig mit dem limit deswegen haben wir da auch die order of day gesetzt und gucken dann auch an dem tag nicht mehr drauf so dann hat sich das ein bisschen hingezogen der trade wurde dann nicht gefällt dass er das war wie gesagt am 4 oktober mal gucken wir mal und dann haben wir es noch mal versucht bei 0,85 und dann ist der preis auch weggelaufen am 7 oktober also das kann auch sein und dann ist aber der aktienpreis noch mal runter gekommen am 11 oktober sie seht das ganze zieht sich schon eine weile hin aber da muss man jetzt auch nicht denken dass es irgendwie hektisch oder stressig das ist ja auch nur ein check alle ein zwei tage und man passt dann gegebenenfalls was an dann haben wir uns doch noch mal auf den preis gestellt von 85 und hier ist ein kleiner tippfehler das natürlich der ask preis und dann wurde der bei 85 gefällt und jetzt seht ihr auch dann die historie des trades also da wurde dann am 12 oktober gefällt das ist was ich gerade erwähnt hatte der preis ist dann noch mal hier runter gekommen da sind wir dann eingestiegen mit unserem 70er put hier unten und was dann technisch hier sehr schön funktioniert hat hier war das vorherige tief preis ist hoch preis geht runter testet noch mal die vorherigen tiefs unterschreitet sie aber nicht und ist dann relativ zügig nach oben gelaufen und dann war der trade auch schon hier ordentlich im gewinn also was heißt ordentlich im gewinn 60 70 prozent und da ist es halt dann so der trade war nach sieben handelstagen über 60 prozent im plus hat aber noch fast 60 tage restlaufzeit das heißt wir müssten haben nach sieben tagen 60 prozent unrealisiert müssten aber noch 59 tage warten um die weiteren 40 prozent zu realisieren das macht für uns keinen sinn deswegen haben wir dann den trade geschlossen ist jetzt hier dann ein kleiner profit übrig geblieben aber klein viel macht da ja auch mist und dann warten wir lieber dass der preis jetzt einfach hier noch mal fällt das heißt dass er vielleicht hier dann noch mal nach unten geht dann können wir das ganze spiel von vorne machen und haben damit natürlich auch weil die bola ist jetzt wieder niedriger geworden unser cash ticket commitment reduziert das heißt wir haben 7000 dollar weniger an cash dass wir vorrätig halten müssen für eventuelle andehnungen und deswegen kleiner und spektakulärer trade aber das leppert sich eben im lauf der zeit auch zusammen genau das waren die drei trades die wir euch heute vorstellen möchten ihr könnt uns ja auch mal eure erfahrungen teilen wie ihr ob ihr so eine variable cash ticket putz strategie also vola basiert macht oder ob ihr sagt immer alles wird für optioniert egal was was komme da hat man natürlich 2021 eine bomben performance gemacht wir sind ein bisschen konservativer und freuen uns da auf euer feedback und ich glaube dann darf ich heute das schlusswort halten dann passt auf euer geld auf übertreibt nie mit den cash ticket putz denn ihr wisst hier oben steht's verluste sind keine option bis zum nächsten mal